Jeder weiß, wenn du nicht regelmäßig Zähne puszt, musst du irgendwann zum Zahnarzt gehen. Und genau gleich ist es mit deinem Körper. Wenn du nicht regelmäßig Sport machst und dich bewegst, werden sich irgendwann auch die Arztbesuche häufen. Deswegen sind wir für dich da. Fitness und alles, was du sonst brauchst, komm einfach zu uns, mach dein Probetraining aus, wir freuen uns auf dich.